Herzlich Willkommen zur 173. Folge von Kerbel Spaceprogramm. Ja, wir sind wieder drin und müssen jetzt mal gerade gucken, dass wir unsere Rakete nochmal aufrufen. Der Drallo hat gesagt, ich sollte die untere Leiter mal einen Tacken tiefer setzen, dann wird das wahrscheinlich auch mit dem Einsteigen klappen. Und dann gucken wir doch mal nach, laden wir das und ja, dann schauen wir da rein, dass wir das so ein bisschen. So, vielleicht klappt es dann beim nächsten Mal und das hier noch in die Action Groups rein. Ja, das hat gut geklappt. Action Groups, da sind sie und dann Benutzerdefinität 1 ist drinnen. Achso, das wollten wir auch noch umändern, dass es auf einer anderen Taste liegt. Naja, jetzt wissen wir es erstmal. Achso, jetzt müssen wir das Teil noch hinzufügen. Leiter ausfahren, kommt dann da noch zu. Gut, passt. So, das Ganze speichern wir. Dann gucken wir, wer noch drinnen sitzt. Ist das noch fährt so? Ja, ist der noch? Und dann gehen wir nochmal zurück. Und gehen nochmal in die Warte mal, Einstellungen ging hier nicht, ne? Naja, da müssen wir ganz aus dem Spiel raus. Ja, dann mache ich das beim nächsten Mal mit den Action Groups und dann ist alles gut, ne? Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, welche Action Group ich diesmal genommen habe, ne? Das hat ja wieder gut geklappt, oder? Einstellungen. Rotfahren, war das? Ja, gute Frage, ne? Ich weiß, die rechte Schifftoste, ich glaube ja, ne? Wenn dann aber es gut geschafft hat, dass wir das schon vergessen haben. So, jetzt müssen wir hier nochmal gucken. Da ist die Kiste, jetzt starten wir die dann, ne? Speichert er mal ja, ne? Komm, zack, egal. Wenn wir die Taste dann uns vertan haben mit der rechten Schifftaste, dann ist das halt so. Jetzt macht er nochmal den Hüpper. Warum weiß ich auch nicht, ob sie zu tief steht. Müsste man dann auch noch checken, ne? So, ja, dann heißt es Missionszentrum anfliegen und alles ist gut, oder wie war das? Einmal zielen und los geht's, ne? Also, drei, zwei, eins, go. SRS noch an und dann Schub geben, oder? So, Schub ist da, Kiste drehen und dann da hinten hin. Sieht gut aus. Und andersrum. Und ja, wir müssen auch mal da, sehe ich schon wieder. Oh, oh, oh. Abbremsen. Sieht gut aus. Fallschirm raus. Gas weg. Und nochmal. Ne, ich glaube, wir kommen jetzt diesmal richtig gut runter, oder? Ja, das lassen wir jetzt so. Damit wir dann auch endlich da landen, wo wir landen wollen, ne? Schauen wir mal, dass das klappt. Ja, es sieht so aus, als ob das hinkommen könnte. Und Touchdown. So, jetzt hoffen, dass die rechte Schifftaste das war. Ja, sie war super. Und haben wir alles untersucht. Das gibt Punkte. Das gibt Punkte. Das gibt Punkte. Das gibt Punkte. Und das gibt auch Punkte. So. Jetzt rechts klicken. Kubericht hatten wir schon. Gut, alles klar. Dann muss er aussteigen. Da ist er. und muss runtergehen. Und dann müssen wir gucken, ob er das auch kann. Sieht gut aus, oder? So, jetzt geht er noch ein bisschen rückwärts, oder wie ist das? Macht er natürlich nicht. Ach, Space, loslassen wir erst mal. So, okay. Dann äh, rechtsklick. EFA Report. Läuft. Oberflächenprobe. Läuft. Und Flagge aufstellen. Läuft auch. Zup. Knopf gedrückt. Flagge kommt raus. Alles ist gut. Äh, Ortsname. Missionszentrum. Und dann letzte Station. Schreiben wir da noch drauf. Und, okay. und äh, äh, ach so, da müssen wir nur rechtsklicken, dann läuft das schon, ne? Schild lesen wollen wir jetzt. Letzte Station auf dem Schild, weil Missionszentrum steht. Alles klar. Schließen. Wieder vorgehen. Und diesmal klappt es dann auch mit Einsteigen, ne? Super. Easy going, ne? Wenn es richtig läuft. Easy going. An Bord gehen. Guck mal, der bleibt da oben sogar stehen. Ey, du glaubst es nicht. So, das war ja jetzt richtig gut, oder? Ist die Frage, ob wir alles haben. Aber ich glaube ja, ne? Die Kiste ist auf, die Kiste ist auf. Wir haben den Bericht hier drin automatisch gemacht. Thermometer haben wir auch, ne? Daten überprüfen. Ja, hatten wir. Hab ich hier irgendwas vergessen? Ich glaube nicht, ne? So. Dann können wir jetzt recoveren. Alles mitgenommen. 29,4, das passt. Jetzt haben wir 90 Wissenschaftspunkte. Das heißt, da können wir nichts einstellen hier, ne? Oder? Das war 160, ne? Genau. So, gut. Dann haben wir, hier sind wir gelandet. Da ist die Klingensglobe bei explodiert, die Sache da. Da war auch die Fahne kaputt, ne? Das haben wir. Das haben wir. Da haben wir einen Fehlversuch. Und der Rest ist geklappt. Die glaube ich, hier haben wir auch, ne? So, jetzt ist das nächste Ziel. Hinten haben wir doch irgendwo was, ne? Ja. Drehen wir so rum. Zoomen wir ein bisschen raus. Und dann haben wir hier hinten diese Marke. Die wollen wir doch auch noch erreichen, ne? Geht jetzt nicht weiter weg, oder doch? Ne, sieht man jetzt gar nicht. Aber da ist sie, ne? Da wollen wir jetzt hin. So, das Stück ist ein bisschen kurz, ne? Oder? Puh. Gibt es mehrere Merkungen, hat man mir gesagt, ne? Und da ist eine. Ja, jetzt ist noch die Frage, ne? Können wir das mit der Kiste, die wir jetzt haben, ja versuchen, dahin zu fliegen, ne? Weiß noch nicht, ob wir es schaffen. Müsst mal ausprobieren, ne? Haben wir schon mal ausprobiert? Weiß ich jetzt gar nicht mehr, ne? Äh. Oh, er hat jetzt hier... Ich weiß gar nicht, ob das mehr geworden ist. Könnte natürlich sein, ne? Action Groups passt. Ja, ich denke mal, wir probieren das nochmal aus, ne? Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Dann fliegen wir da gerade noch hin. So, da ist die Rollbahn. Jetzt müssen wir nur gucken, wo das ist, ne? Gleich richtig anvisieren. Sieht man da natürlich wieder so total schlecht, ne? Da ist das. So. Diese ist unsere Richtung. So. Dann würde ich sagen, machen wir das SHS an. Dann machen wir... Drei, zwei, eins. Go. Und dann heben wir ab. Und gleich in die richtige Richtung. Bisschen drehen. Äh, das Drehen war natürlich voll falsch irgendwie. Das heißt, da ist es richtig. Und wir müssen jetzt da ein. Bisschen höher wäre er vielleicht noch ganz sinnig. Und... Äh, ja. Das ist gar nicht so schlecht aus. Landmarke. Ein bisschen nach da. Dann noch ein bisschen nach da. Schub weg. Ich glaube, wir müssen aber noch ein bisschen wieder bremsen. Ich sehe das Ding jetzt hier nicht, es ist zu dunkel. Komm mal die da raus. Ich sehe es nicht, die Marke. Doch, da ist sie. Das bedeutet, wir müssen noch eigentlich da weiterhin. Oh, sieht man natürlich durch die Schirme nix. Und das, was wir jetzt noch haben, ballern wir da noch ein bisschen raus. Gut, das war's. Ausrichten. Passt, oder? So. Sehe ich das Ding natürlich nicht. Doch, da ist es. Hm. Kommen wir natürlich nicht so wirklich hin. Vielleicht reicht's aber. Mal gucken. Ich glaube, der Ausstieg da hinten wäre vielleicht nicht verkehrt, ne? Müssen wir da noch ein Stück zu Fuß gehen vielleicht, ne? Gucken wir, ob wir dort hinkriegen. 400 Meter. Ah ja, da ist es ein bisschen größer werdend jetzt. Hm. So. Ein bisschen tiefer ist das Ganze. Gehen wir mal hier hin. Mal noch 100 Meter. Na, 150. Okay. 100. 50. Machen wir mal normale Geschwindigkeit, sonst geht naja das Ding noch kaputt. Und da vorne ist das dann. Und Touchdown kommt. Sieht gut aus. Und dann machen wir mal den Dingens hier. Ah, hier gibt's sogar Punkte, das ist schon mal schön. Dann hat sich das ja richtig gelohnt. Da auch noch mal was. Der Röser Schleim. So, hier war nichts mehr, sondern nur noch aufsteigen erst mal. den Eva machen. Runter gehen. Loslassen. Dann hierher kommen. Kurz gucken, ob wir einen Bericht machen. Ja, der ist auch super. Ja, der ist auch super. Flagge. Zack. Ja, keine Ahnung. Landzunge nennen wir das mal. Weit weg. Schreibt nicht. Okay, haben wir. Eva-Bericht. Hatten wir schon. Abbrechen. Oberflächenprobe haben wir noch nicht. Aber, die bringt uns auch noch mal Punkte. Das ist schon mal cool. Das weg. Das ist die Frage, wo der Ding ist. Ah. Ne, da ist die Bandbahn. Da ist es. Boah, das ist aber, glaube ich, ein ganzes Stück weg, ne? Ja. Das ist die Frage, wie weit. Kann man das so ein bisschen einschätzen, wie lange das dauert? Puh, also. Das ist ganz schön weit, ne? Da gibt es nur eins. R drücken für Jetpack an und los geht's, oder? Aber, das geht nur im Weltall. Hier kommen wir gar nicht mehr los. Läuft der denn dadurch schneller? Ne, ne? Ne. Also, ne. Das ist mir zu weit, glaube ich. Nochmal rauszoomen. Das ist jetzt ein Viertel vom Weg, wenn überhaupt. Ne, da fliegen wir nochmal hin und gucken uns das dann von näher an. Das machen wir dann in der nächsten Folge, denke ich mal. Alles klar. Dann gehen wir hier wieder zurückgewatschelt. Schnell. Und, ja. Vielleicht sagt mir auch einer, dass es keinen Sinn macht, da hinzulaufen. Könnte auch sein, ne? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir hier ein paar Punkte geholt. Das ist schon mal wichtig. Gibt es ja auch so ein Shift für schnell laufen. Irgendwie war da oder was, ne? War da nicht irgendwas? Oh. Springt und dann fliegt er. Cool, wa? Dann fliegt er aber auch auf der Nase. Hammer. Nee, ich glaube, er läuft nicht schneller. Gut. Dann zur Leiter und drauf. Punkte mitnehmen und das war's dann. Watschel, watschel, watschel. Und da ist er. Scrap. Aufsteigen. Einsteigen. Und wohlfühlen, oder wie war das? So. Da waren jetzt nicht ganz so viele Punkte, glaubt er, oder? Na, ein bisschen fehlten, aber das sind nicht Fähne, die da fehlen. Aber das hat sich im Endeffekt wieder gelohnt. Und, ja, Pilot hat sich weiterentwickelt. Gut, dann haben wir da hinten das Fähnchen da. Müssen wir mal gucken, ob wir da nochmal ein Stück näher fliegen. Weiß ich noch nicht. Und den zweiten sehe ich jetzt nicht. Aber dann gibt es bestimmt hier auf der Karte dann auch noch solche Dinger, ne? Ja, müssen wir mal gucken. Okay. Vielleicht kann mir einer noch sagen, ob ich den da, ne, direkt anklicken kann und dann eine Probe davon kriege oder sowas irgendwie so, weiß ich auch nicht. Aber das könnte mir Dralo oder Mordrak wahrscheinlich sagen. Okay. Dann würde ich aber sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.